Ich lass mich heute Abend blicken Ich komm gut geschmückt in den Laden geritten Alle tanzen, die Damen sind echt ne Zücken Ganzes Backblech voller Sahneschnitten Die Torten schütteln ihre Schrippen Schütteln ihr Gold auf den Rippen Schütteln ihr Holz vor den Hütten Die Macker versuchen im Takt zu nicken Ey Barmann mixen wir was zusammen Wer schüttelt, schüttelt ein bis zum Rand Einen Riesenhüt drückt mich an die Wand Der DJs finden Die Maschine, die läuft noch grad durch Die Spülmaschine, ist aber alles schön sauber Die Flugkosten? Flugrostig Ja da sollte man vielleicht mal was zu sagen Da ist in der Maschine Da ist das Gestell verrostet In der Spülmaschine Und dadurch wird alles dreckig Wissen Sie das? Dreckig? Rostig Rostig Ist gut für den Eisen Eisenbüttel Wirklich rostig Das ist auch richtig Ja, ist gut Für den Eisen Die wird sauber Ja Rostig ist ja nicht schön Ne, ist Eisen Das ist jetzt nur Eisen Kein Rast, der rostet Ja Was haben wir denn da noch? Oben ist alles super Irgendwann ist so weit Diese Rollos hängen so halb runtergerissen da. Oh, das ist hingefallen. Hier so auf dem Tisch noch so eine Einweggrille am Vorsitzenden. Tore hängt noch auf dem Sofas, weil du so den Uhrenkranz so malst. Ich zeige hier so ja. Genau. Das ist ja echt mal geil. Und fünf Kameras ja überall. Und so eine Axt steckt im Fernseher drin. Das wäre nochmal 50 Euro wert, oder? Ja. Und vor allem macht der Fernseher auch so Spaß. Die ganze Zeit. Für die Atmosphäre. Sind Sie mit uns zufrieden? Ja, aber. Machen wir noch. Ja, ja, wir haben nur auf Sie gewartet. Und noch Zander, wieso? Berti, erklär das mal mit dem Regenschirm da. Ja, erklär das mal. Ja. Dann kann man mit dem Regenschirm da. Untertitelung des ZDF, 2020